einen wunderschönen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren rira runde hunt showdown mit dem headless chris grüß dich und den haben wir noch gar nicht in die gruppe eingeladen das machen wir jetzt nämlich mal und zwar gehen wir hier spiel gegen zwei spieler das ist richtig hier freund einladen zack will ich hier den headless chris aus dann bekommt er eine nachricht dann taucht er hier gleich neben mir auf neben dem hier skeletti boy da ist die grusel oma ihre kappe super ihre mütze ja total gut die hat auch keine zähne übrigens erkenne ich sofort als alter zahntechniker so wir gucken mal ganz kurz ob ich hier schon den park habe genau hebelwirkung den wollte ich ja noch mal ausprobieren leider habe ich halt keine knifte mehr mit schalldämpfer die habe ich leider immer noch nicht freigeschaltet das heißt keine mehr ich hab's immer noch nicht deswegen würde ich sagen gar nicht lange schnaggen wir gehen rein in die butze oder bereit bin ich so ich bin sehr gespannt wie weit wir heute kommen mich kribbelt jetzt schon so du machst wieder kommando warte mal ich muss mal gucken wie ich anpinnen kann ja genau lass uns das mal gleich machen genau weil ich will auch noch mal gucken wie der wieder wie mit dem mit dem gewehr dieser 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 holmschlag ist weißt du damit du diese diese brennenden viecher da töten kannst ja das habe ich ja das habe ich auf der mittleren maustaste aber ich mache ja genau hier ich habe es glaube ich schon gesehen anvisieren ist das ne das habe ich glaube ich nicht belegt das habe ich gerade festgestellt gleich noch mal machen wo hier das war magazin junge junge das ist eine revolver gettling wenn dir die munition oder gesundheit ausgeht dann such auf der karte nach versorgungspunkten der nähe ja hier ist die hilfe fällt in raserei wenn es höheren schaden erleidet ja genau dann drehen die richtig am rad schwurz schwurz warten auf andere spieler macht ihr eigentlich die map immer voll ja wahrscheinlich schon ja ja so und es sind immer du sagst es drei vier teams ne ich weiß es nicht vier oder fünf so hier tastatur belegung und dann ist es hier an visieren was nehmen wir denn mal wir nehmen mal so eine andere ich nehme mal eine andere maustaste hier die die macht er nicht der macht er auch nicht der macht hier die die hat er gemacht so ich probiere es mal macht es aber nicht bei mir heißt das frau frau mal gucken warte mal gucken aber wie wie machst du diesen marker wie wie heißt das ist das nicht anvisieren ja ah ja v ist das okay bei mir ist das frau bei mir ist das die mittlere maustaste war ich komme aber wie heißt es meine ich wo er hat gar nicht gespeichert hier gerade warte mal anwenden muss ich noch hatte noch ich weiß nicht was war sprint anvisieren sprint anvisieren ja noch mal pingmarker unten bei interaktionen pingmarker setzen maus 3 aber ist hier noch mal wo wo ist das interaktion genau hinter ach hier pinmarker setzen ja habe ich auch nicht siehst du dann mache ich den mal mache ich den mal dahin hier da anwenden zack jawoll so so können wir arbeiten genau so du machst dir die ansagen würde ich sagen ja okay dann gehen wir jetzt auf 120 ja und dann sage ich einfach mal wenn wir ein feind sehen dann mache ich einfach pink dahin ja ja sehr gut warte mal hier vorne sind traben die werden wir mal umlaufen kann man die eigentlich erschießen das ist so viel zum tiere töten hier geht das ich probiere da ganz kurz noch mal ein ping noch mal aus jawohl geht sehr gut hast du gesehen hier ist es übrigens dass er in der hocke geht wenn ich schiff drücke ich wollte ja nun mal sagen kann man gar nicht sprinten doch klar warum kann ich nicht sprinten weil ich mir das gerade mir die umschalttaste bei mir ist ein jäger auf der auf der in der erfahrung ich habe ich muss leider erst mal ich muss zurück ich habe einen jemand gesehen ja kommen wir hier zu mir ich muss glaube ich noch mal echt in die optionen rein was ich die kommen schon die kommen schon kommt kommt die hierher die waren eben gerade hier in dieser grünen hütte hier vorne beziehungsweise da hinten an dem großen haus hörst du laufen nee da unten ist er hier unten ist er ob er noch mal kommt meinst du der kommt hier in die hütte da oben ist er da oben ist er da ist er aber hat er gerade die Tür aufgemacht hier drüben wer wollen wir den nicht weg machen ich habe versucht gerade ich sehe den nicht ich kann nicht sprinten das geht mir ein bisschen auf den sack ich muss müssen da gleich noch mal gucken ich ja irgendwas jetzt vergrießt knallt habe mit der sind jetzt alle völlig oben drinnen in dem gebäude ok gut dann beobachte das mal ich gehe mal noch mal in die optionen rein optionen so haben wir das jetzt hier sprint springen springen die springen die idee ist springen springen auch springen springen überwinden springt 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 wo ist denn spiel sprint an wie sehen das müsste das sein oder sprint an wie sehen soll das doch eigentlich sein sprinten ich kann das natürlich auch mal probieren hier nein nicht maus 1 mensch quatsch das habe ich bestimmt maus 1 irgendwie weggelegt oder oh gott wo war denn maus 1 jetzt drauf oh weia kann ich jetzt noch schießen ich glaube ich muss mal einen schuss loswerden kann ich das machen ich mach mal geht alles klar er sprintet nicht er sprint ach doch das ist jetzt sprinten oh gott jetzt habe ich aber jetzt habe ich wieder verstellt ok warte ich muss noch mal rein so also sprinten ist jetzt das ist sprinten so das muss sprinten sein das ist ducken so jetzt muss es aber so gut ach hier wird nicht auf anwenden gedrückt was ist denn heute los mann sprinten ist das hier und ducken ist das hier anwenden so jetzt wer schießt schießt du nein 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 ich glaube die bomben mich gerade weg ich versuche es zumindest hast du irgendeine tür im blick hier von mir siehst du die nicht mehr aber ich habe das haus im sicht wo sie sind wo sie sind und zwar da drin dem großen haus aber hier kam doch gerade irgendeine ein ding an bei mir irgendeine feuer die spinne wird übrigens verbannt ne hast du schon mitgericht aber weit weg von uns meinst du kriegen wir gar nicht erst oder naja wir haben hier wir haben hier feinde also du siehst aber nichts ne ne wollen wir mal da hingehen oder naja problem ist der schuss hat nicht gesessen ne und wir haben uns halt dadurch dadurch verraten ne so mach ansage was machen wir ähm lass mich kurz gucken lass mich kurz überlegen ähm wir versuchen unten den rift zu machen auf 210 langsam vor allen Dingen aber 210 achso das ist von deiner sicht aus ok ne ja auch von deiner sicht aus ne ich muss mich dann glaube ich eher in deine in deine äh in deine linie stellen dann ist es von meiner sicht aus und da ist ein rift ja mhm ja ok ah das wird schon abgeerntet das ding hier du planst doch was oder rede rede mit mir rede mit mir ja warte ah ich seh die spieler ganz hinten sind sie ja zeig mal ah da ja alles klar hast du gesehen da hast du geschossen ja 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 hast du da gerade hin was hingeworfen ne hast du geschossen nein das war der jetzt habe ich geschossen und getroffen leider nein aber gut die sind gut abgelenkt ich würde sagen lass uns da hin ja 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 Raben aber egal 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 mal kurz wie heißt das immer so schön dann freut sich da drauf oh da ist einer gestorben glaube ich ja 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 übrigens nochmal ein guter tipp aus der community in die richtung wo die 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 füße liegen kam der schuss Ach ja. Wollen wir hier über die Brücke oder wollen wir lieber hier lang? Ich glaube, hier ist besser, oder? Au! Alter! Und was war das? Von wo? Boah, Alter. Keine Ahnung. Komplett erschossen. Aber direkt. Keine Ahnung, woher das kam. Da, siehst du meine Füße? Ja, 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 alles klar. Ach so, da von rechts. Puh. Von rechts. Der wird doch bestimmt looten gehen, oder? Na gut, der wird denken, da ist noch wer. Ich würde nicht zur Leiche gehen. Für mich. Vielleicht da rechts oben? Möglich, ne? Ne, ne, ganz rechts, da oben. Hier oben irgendwo? Ne, ne, weiter rechts. Da so. Sind die, äh, ist der Luft schon fertig? Warte mal, Leise, bitte. Ja, sorry. Er läuft, läuft, läuft. Im Wasser. Tatsache. Mega gut. Voll erwischt. Aber der muss nicht alleine gewesen sein, ne? Ist der Rift schon raus? Oh, du wirst beschossen. Ah, ja, 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 ich hab's gesehen. Unten im Wasser. Weißt du, von wo? Von dem Wasser irgendwo. Oh, Tatsache. Nimm noch eine Knalle. Warte mal. Ist die Handfeuerpistel nicht besser? Nee. Der wird ja nicht mehr sein. Der wird ja nicht mehr sein. Der wird ja nicht mehr sein. Na, halt, frag mich mal. Musst du eigentlich einen Ausgang erreichen? Oder? Ja, 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 innerhalb von fünf Minuten. Dann mach das doch lieber, oder? Naja, aber ich würde dich nicht liegen lassen. Jetzt wirst du, ob der noch da ist, ne? Aber sein Kumpel hat er geholt, ne? Den du erschossen hast. Nee, nee, klopp nicht. Na hier, ist der da noch? Ich will sie. Schönen. Nicht, dass er von hinten kommt? Nicht, dass er von hinten kommt? Das ist echt cool, dass man mitgucken kann, ne? Alle Pille hier. Ich hab ihn. Ich hab ihn aber auch. Hast du gesehen? Ja, ja, ja. Zu spät. Zu spät hat er doch ein Stück. Boah, aber das war der, den du schon mal gekillt hast. Nein, ja, tatsächlich, ja. Aber ich hatte ihn noch mal. Ja, krass, ey. Ja, komm, ich würde sagen, gleich noch mal, oder? Ja, ja, ja. Hier, Tötungsansicht. Ach, das ist... Ah, ja, jetzt sieht man die Tötungsansicht. Also hier hat der gestanden, der mich erschossen hat. Ja. Unter der Brücke. Die alte Kanalradik. Aber das war gut. Wir haben es eigentlich gut gemacht. Ja, ja, ja. Geil. Sehr geil. Und spannend ohne Ende, oder? Ja, ey. Hier geht ja echt die Flitze piepe, ne? Mhm. Und was ich schön finde, ist, du kannst das richtig gut ordnen, die Schritte. Ich wusste sofort, dass er mich umläuft, ne? Ja, ja. Man wusste, wo man hinzielen muss. Das fand ich gut. Ja, total gut. So, ich werde mir gleich jetzt meinen Hunter wiederholen. Den geilen, den Knochenjäger. Wird da ein bisschen was kosten. Nee, nicht den Knochenjäger. Doch, Knochenjäger heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Knochendoktor. So, wir kriegen natürlich trotzdem unser Zeug. Leveln auf, sodass wir dann gegen immer bessere Spieler da natürlich dann antreten, ne? Hallo, hallo, Julia. Ist natürlich ganz toll. So, wir haben jetzt ihn hier. Den wollen wir aber nicht. Sondern wir gehen hier in, äh, Jäger rein. Wir haben einen Leer. Wir können einen Jäger rekrutieren. Können dann wieder auf legendäre Jäger gehen. Haben hier unseren Knochendoktor. Die können wir alle nehmen hier. Aber der Knochendoktor ist am geilsten, finde ich. Der kostet uns einen Hunni. Dann haben wir noch. So, zack. Da hebt er die Fäuste. Dann können wir leider nicht ausrüsten. Das ist sehr schade, weil ich finde den eigentlich ziemlich cool, diesen Doubleschuss. So, so, dann nehmen wir uns hier wieder eine Scharfschützen. Was ist das denn hier? Ach so. Jetzt habe ich, glaube ich, aber leider keine mehr mit einem Scope, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Doch, hier. Die muss ich mir nur wieder kaufen. Die Springfield. Ist die gut? Ja. Aber die Wetterli ist, glaube ich, geiler, ne? Mhm. Ja, nehmen wir die Wetterli. What cost the world? Hier, zack. So, hat er sie gekauft. Verwenden. Hier, bumm. Alles klar. Dann nehmen wir hier, nehmen wir auf jeden Fall wieder eine Nagant, damit wir die mit dem Schalldämpfer freischalten. So, hier nehmen wir einmal Medipack, einmal Messe, einmal Medipack. So, was war das? Messer, Medipack und noch was? Ähm, Messer, Medipack und, äh, warte, ich gucke mal kurz. Ja, gut, Verbrauchsgüter brauchen wir natürlich noch, ne? Da nehmen wir uns wieder eine... Achso, in dem Moment. Auf den Herzen. Die Gesundheitsspritzer. So. So. Achso, und dann nehme ich die Rauchbomben mit. Diese... Noch eine Gesundheitsspritzer. Ersteckungsbombe. So. Jetzt. Rauchbomben nimmst du mit? Ja, ja, na, in denen nicht Rauchbomben, sondern Erstickungsbomben, dass man, ne? Dass man sich immer anzündet, dass ich dann... Erstickungsbomben, wo sind die denn? Heißen die wirklich Erstickungsbomben? Hm. Hab ich irgendwie gar nicht. Und zwar gehst du auf... Werkzeuge oder Verbrauchsgüter? Ne, Werkzeuge. Werkzeuge. Ah, Werkzeuge. Und hier, dann... Dann hast du die... Die sind... Das dritte von oben ist das. Ah, ja. Unter der elektrischen Lampe, sozusagen. So. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen? Wohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nö. Ach, komm, dann nehmen wir noch eine schwache Ausdauerspritze mit. Wohl, eigentlich brauchen wir sie auch nicht. Komm, dann nehmen wir lieber nochmal hier so ein... So eine Gesundheitsspritze. Ich glaube, die... Die ist für uns am sinnvollsten. So. Ich bin bereit. Ich auch. Einmal kurz am... Einmal kurz am Tee schlürfen. Ganz wichtig. Und du musst mal... Versuch mal ein bisschen mehr zu kommunizieren. Weil ich... Ich fühle mich oft zu allein. So. Weißt du, du musst mir deine Gedanken teilen. Auch wenn du dich konzentrierst. Einfach laut sprechen. Okay. Guck mal, der Knochendoktor und der Infizierte irgendwie. Das passt doch. Ja, du bist mein ehemaliger Patient. Eben. Eben. Du hast dich an mir ausgetobt. Ich sehe dich leider noch nicht richtig. Aber guck mal gleich mal. Ja, das Schöne ist, wenn man halt irgendwas freigespielt hat, dann bleibt es dann auch, ne? Mhm. Hier. Ui, 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 ui. Ne, ne, aber ich habe das Schweinchenbild gerade gesehen. Ja, der Soundtrack ist echt geil, ne? Gut. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf 30,45, oder? Warte. Jo. Würde ich auch sagen. Achso, aber du sagst ja eigentlich so. Ich mache mal hier ein paar von den Kollegen da gleich weg. Mhm. Das mache ich mal mit meiner Knarre. Ist zwar laut, aber ist doch egal, oder? Ja, so machen wir uns halt aufmerksam, ne? Ja, aber die anderen ballern doch auch irgendwie blöd. Na ja, los, dann Action. Komm, ich muss ja einfach mal ein bisschen was sammeln hier mit der... Machst du mal mit der... Machst du mal mit der... Machst du mal mit der Knirgen Knifte, ne? Ja, ja, genau, meine ich ja. So. Ah ja, da ist die Knochen-Lady. Äh, Quatsch, die, 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 äh, Lady mit den... Kannst du ja mal so erschießen, mit dem Kopf, der an der Seite ist, ne? Der muss an der Seite, ne? Mhm, genau. Genau. Ach, und guck mal, und da ist hier wie olle, olle Kalle Schnürschuh. Und den müssen wir jetzt nämlich mit dem... Ah ja, den musst du stumpf wegmachen, ne? Mit einem stumpfen Gegenstand, ne? Das ist bei mir... Das ist bei mir... Ich helfe dir. Geht auf mich, hier, guck es an. Eine Däume. Ich helfe dir. So, weggeknüppelt. Hat mich immer ein bisschen, hat er mich verletzt, aber er ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Oh, jetzt kann ich wieder sprinten. Oh, warte, stopp, stopp, stopp. Hier ruhen, ne? Aus dieser Richtung. Okay, dann. Ja, da sind Schüsse. Ich werde kurz das Ding hier ernten. Ja. Hier muss der Rift rum sein. Ja. Von da kommen auch die Schüsse. Mhm. Ich denke mal, die werden sich auch hier auf den Weg machen. Wollen wir rein, oder? Ja. Ja, hier ist er. Ich mache ihn. Ja. Ich nehme mal. Hab ihn. Alles klar. Wollen wir weiter Richtung Gegner, oder? Lass mich mal gucken, wo sind wir als nächstes hin? Ich würde sagen, lass Richtung Osten gehen, Richtung 90, ne? Ich bin das hier mit dem Glas, Alter. Ich bin halt die ganze Zeit. Oh, jetzt sind aber hier die Zombies wild, ey. Befeier. Sorry, musste sein. Find ich nicht gut. Find ich nicht gut, genau. Ja, gehen wir weiter hier. Ab im Busch. Ich passe doch auf, wo du nur hintrittst. Ja, das war ich gerade, sorry, Mann. So finde ich zum Beispiel ein bisschen geiler. Da ist noch das Ding. Hast du das genommen? Ah ja. Wenn ich zum Beispiel mit dem Mausrad arbeite, und wenn ich runter mache, habe ich die kleine Waffe, und wenn ich hoch mache mit dem Maus, habe ich die große. Das mache ich total gut klar irgendwie. Mal weiter, wahr? Also Richtung 105 gehen wir. So eine Rolle? Ja, genau. Ja. Warte mal, ich versuche den mal so abzuschießen. Spieler, glaube ich. Hab ihn. Oh. Ja? Auf der Brücke, auf der Brücke, ja. Angehütter oder erschossen? Erschossen. Kann aber sein, dass noch einer kommt. Also ist nur einer über die Brücke gelaufen. Der hatte dich, glaube ich, auf Korn. Mhm. Das ist gut, dass du dir machst. Hast du die Brücke im Blick? Warte, ich bin... Also kannst du auf die Brücke gucken? Ich muss mich kurz heilen, einen Moment. Wie? Ach so, okay. So, okay. Alles klar, jetzt kann ich gucken. Guck mal, in die Brücke rein, praktisch. Mhm. Bewegt sich was, oder? Ich bleib mal ein bisschen außerhalb. Einfach mal zu gucken, ob der vielleicht umsneakt. Ich sehe ihn, ja, den Spieler. Die Leiche, ja? Ja, ja. Ich geh mal hin, für die Leiche. Ja, okay, okay. Ich hab den zweiten auch. Sein Kumpel hab ich. Ein, ja, sein Kumpel hab ich. Super. Kannst kommen, wir haben zwei Leute. Geil. Soll ich mich nicht so sicher fühlen, weil das hören die anderen auf. Okay, den ersten kannst du ausrauben. Den zweiten kannst du auch ausrauben. So, nackig gemacht. Hier vorne ist der andere daheim. Hey, Sitko. Geile Scheiße. Ja, richtig geil. So, wollen wir lieber jetzt zum Ausgang laufen, oder? So. Sachen sichern. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz auf den Plan. Wo müssen wir hin? So, da ganz links, wo die herkamen, da ist ein... Also hinter dir praktisch? Ja, stimmt. Dann lass uns da hingehen. Das war, genau. Wie trau ich dem Braten mich, ne? Na gut. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Er metzt jetzt hier alle nieder. So, wo muss das Ding? Oh, jetzt schon. Oh, entschuldige. Alles gut. Wir teilen es jetzt ja gut. Okay. So, ich hab auch schon den Rift gehört hier. Dann lass mal hochgehen hier. Okay. Spass du drauf. So, oben auch mal drinnen. Da ist er. Dann nimmst du den auf? Ja. Schüsse? Von Nuss, der ist schon? Ja. So, kurz gucken. Okay. Okay, eigentlich müssen wir... Wie kommen wir noch auf die Map nochmal? In die Richtung. Tab, tab. Tab war es genau. Dann laufen wir aber außenrum. In welche Richtung müssen wir ab? Ping nochmal an, bitte. Ja, einen Moment. Und zwar... 135 in die Richtung. Glocke, Vorsicht. So, ich lad mal kurz meine Kmarre nach. Mhm. Das Schöne ist halt, dass man auch ein halbes Magazin... Also, dass man nur die einzelnen Patronen nachlädt, ne? Ja, ja, genau. Und nicht irgendwie das ganze Ding. Ja. Ja, gut, aber das macht das Setting halt, ne? Ja. So. Da hast du immer noch richtig von dahinten. Also, ich gehe... Also, auf 100 ist einer, ist noch ein Rift. Den können wir ja mal gucken. Da können wir ja mal hin. Ja, okay. Okay. Boah, da wird geschossen ohne Ende, ne? Mhm. Da frage ich mich immer so, gehen wir zu vorsichtig vor? Sind die anderen super geil? Sind wir super schlecht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Kombination aus beidem. Was hältst du denn davon? Oder sind sie einfach nur wieder absolut ignorant hier? Geil auch mit dem Matsch, ne? Mhm. Schon nice. Wenn du irgendwas hießt oder hörst, sprichst du, ne? Ja, 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 natürlich. Gut. So. Da, da, da. ich habe von dahinten irgendwas gehört zu schreien ich bin noch mal bitte ach doch ich sehe es ist gut ich hatte so schreien gehört als wenn ein spieler stirbt oder ja oder ob er sich verletzt hat kommen auf jeden fall auch schüsse her da hinten ok krass na gut dann gehen wir mal richtung süden würde ich sagen oder 120 richtung 100 180 oder wir machen ein sicheres spiel und gehen raus ja komm komm was wir ziehen durch oder alles klar ich bin dabei so dass fertig da hinten das ist aber ganz schön was los hast du auch gerade ein pferd gehört ja ist das schlecht naja wenn ein pferd wird geht geht irgendwann vorbei bekannt somit sein ok aber die ganze zeit irgendwas na ja das rechte da hinten ist noch so eine tante das war's die bisher mit den mit den wir können den rift noch holen das sind immerhin punkte ja dann lass das machen irgendwie geil dass du weißt hier schleichen spieler auf der map rum das schöne ist das ist einfach so so er kann du hast so richtig viel oder kocht einer du hast dann so richtig viel verstecken möglichkeiten das ist halt wirklich nice ja so wie gesagt hier irgendwo war hier noch ja hast du fest das ist aber auch ein kühler jama mit deinem messer da Logisch, ja, da ist weggemetzelt, was hier nicht reine Haut hat. Dann mach das bitte nicht bei mir, ja, ich bin auch ein Genifizierter. So, da ist wieder, da ist schon, ja, wohl, das ist ein Fetty, ne? Ja, das ist ein Fetty, genau, ja, ja. Oder lieber über links, ne? Oder über rechts, nicht? Was, 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 was? Ne, alles gut, wieder lang, alles gut. Kommen wir auch. Da ist noch einer von so einem Ding. Da. Ja, hol dir mal das Ding da. Ja. Okay, hat die König, okay. König, die Kotze hat, äh. Okay. Okay, ach, oh, du, der hat gleich, wir haben gleich einen Ausgang daneben. Also entweder wir machen jetzt Alarm oder wir gehen selber raus. Ja, sag du, du bist der Chef. Ja, dann gehen wir mal, folgen wir den mal. Mal gucken, ob wir sie noch hinkriegen. Ansonsten gehen wir da auch raus, wo die rausgehen. Ist das denn schon die richtige Richtung? Naja. Naja, stimmt. Hier war noch so ein Teil, das können wir uns noch holen. Oh, hier haben wir, äh, die Krösel im Wasser. Können wir aber hier nicht schnell rüberjumpen hier. Die Krösel, ne? Denk dran. Die, die raus. Alles gut bei dir? Ah ja, ich musste mich kurz konzentrieren, weil hinter mir kam ein, 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 ähm, Zombie. Ah, okay. Kurz, kurz sagen, ne? Kurz sagen, irgendwas sagen. Okay, die sind tatsächlich scheinbar noch da. Oder? Ja, irgendwie schon. Beide. Ja, aber die werden ja unten da zum Ausgang gehen. Wahrscheinlich. Na, wollen wir da hin? Oder? Mach's doch, doch, doch. Ich höre ein Geräusch. Aus dieser Richtung. Okay, das ist negativ. Okay, dann lass uns weiter. Wollen wir nicht aber besser das Umlaufen? Achso, machst du schon, ne? Ja, du läufst da schon in die richtige Richtung. Alles gut. Komm. Da sind sie nämlich gleich draußen, siehst du, die sind schon da. Dann lass uns, dann lass uns auch zu dem Ausgang laufen. Also sprich in. Ja, die sind ja schon gleich beim Ausgang. Genau, in die Richtung. Du siehst aber wirklich echt ein bisschen. Wie ist das? Kann natürlich trotzdem sein, dass da noch andere Teams sind, ne? Absolut. Sind die jetzt schon raus? Ja. Weil Stand Trophäe wurde extrahiert, ne? Das heißt... Ja. So, dann mach ich noch ein bisschen XP mit meiner Anfeuerwaffe. Aber wir müssen echt aufpassen. Wir können noch andere Teams sein, ne? Absolut, absolut. Was mich so ein bisschen... Was mich so ein bisschen irritiert ist... Oh. Okay, die anderen werden vielleicht jetzt auch rausgehen. Mich wundert ist, dass... Weil meistens ist es so, umso mehr Leute rausgehen, umso weniger Zeit kriegst du. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, umso mehr rausgehen, umso weniger kriegst du. Ja, genau. Und du meinst, wir haben noch zu viel Zeit? Oder wie? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 27 Minuten. 27 Minuten. 27 Minuten. Mhm. Ach, guck mal, da drüben sind Wunder. Die sind fies, die Dinger. Oh ja, stimmt. Resident Evil-Hunde. Absolut. Komm, wir gehen hier rum. Und das ist nicht mein Magen. Das ist so ein dicker, ne? Hm, ich bin ganz dicker. So, soll ich die wegmachen mit der Pistolein, die? Kollegen? Mach. Oh, ich hab gedacht, ich hätte was gehört, aber das passt wieder. So, was steht da oben? Bres, nas, nee, keine Ahnung. Was ist da? War nicht so kapiert. Da müssen wir hin, in die Richtung. Ach so, ich dachte, wir wollten hier rein. Nee, warum? Weil ich dachte, du hast da reingezeigt. Aber ich geh hier einfach dann so. Wo sieht man denn die Zeit, die restliche? Wo sieht man denn die restliche Zeit? Äh, äh, Tabulator und dann oben, Vertrag gültig. Ah, 25. Oh, krass. Hier ist übrigens was abgeerntet worden, ne? Ja, ja, ich hab schon gesehen, ja. Aber das könnten die auch gewesen sein, weil hier die Spinne war. Ah, okay. Ja, das stimmt natürlich. Oha. Komm hoch. Sicher? Und das Dach? Ja, ja, ja. Ja, gut. Du bist Chef. Fertien. 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 Das ist doch Richtung Ausgang jetzt hier, oder? Ja, genau. Holen wir jetzt hinten noch diese Dinge, diese komische Teile. Oh, das ist ein Schiffchen, ist das. So, wollen wir, ja? Ja, ja. Na gut. Und erschossen. Witzig halt, nicht? In der letzten Sekunde. Ja, Mensch, geil. Coolen Loot rausgeholt, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Hast du noch eine Waffe mitgenommen, oder? Ich hab alles, also ich hab einfach auf Looten gemacht. Ach so, aber die hätt, also eine Waffe hast du nicht mitgenommen von denen. Ach, die hättest du mal extra einsammeln müssen, oder? Ja, genau, genau. Ach so, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Ich dachte, er lootet einfach alles. Nö, nö. Sonst hätt ich's gemacht, glaub ich. Wir looten meistens Geld. Aber dann hättest du tauschen müssen, glaub ich, ne? Mhm. Genau. Ja. Stimmt, da hätt ich mal gucken sollen, aber das wusste ich jetzt in dem Sinne echt nicht. So, da ist ja wieder der Knochendoktor bei Null. Schön, komm. Jupp. Wo mein Infizierter jetzt hingeht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Cool. Oh. Oh, ja, ich bin bei zehn. Zehn und drei Viertel. Ja, so ungefähr, ja, haben wir ja auch. Neuer Gegenstand freigeschaltet. Was hast du? Jäger getötet, zwei. Oh, 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 oh. Monster getötet, 28. Sehr gut. Sehr geil. Ja. So. Schlecht. Freigeschaltet. Oh, hier. Verletti. 71 Karabiner, Meisterschütze. Ja, das ist doch, die ist cool. Die ist gut. Die ist gut. Sehr, sehr cool. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das mit Hans Showdown. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Wir machen auf jeden Fall noch weitere Runden. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann seid es. Fiebert mit uns mit. Zittert mit uns mit. Und seid siegreich mit uns. Vielen Dank, lieber Chris. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen ausrüsten, den Kollegen. Bluten steigern, Bluten steigert sich nicht von leichtem zu starten. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen ausüsten. Zittert mit uns. Und dann geht noch ein paar ساuze. Vielen Dank.